Bei uns in Österreich, die Politiker, na mein Gott, na, da haben wir jetzt was dabei, ja, bei uns die Politiker, muss man schon sagen, wirklich, ja, Höchstgericht und so weiter, ja, man kann nur zu die Ohren spitzen und denken sich, was, ja, ja, der Brandstedt erzählt mir im Fernsehen, da, solche Neuigkeiten, und der andere, der Politiker, erzählt auch aus dem Fernsehen, ja, ich muss schon sagen, mich wundert, dass solche Leute regieren, ja, muss man solche Leute hinter Regierungen haben, ja, Nein, man hat doch andere Leute auch in Österreich, ja, ja, die sind so wirklich, ja, man kann sagen, wir sind alle so glatt, so, ja, und man fragt sich wirklich, da, haben wir in Österreich nicht bessere Leute, ja, In Wirklichkeit soll man jeden Höchstgericht überprüfen, ja, ob solche Leute drinnen sind, auch, ja, und man muss auch die anderen Regierungsdienste überprüfen, ja, und fragen, sind sie alle richtig da, Ja, und die Richter können auch überprüfen, auch, ja, sie können ja jeden Kasprung machen, was sie wollen, ja, und der Richter wird nie eingesperrt, auch, ja, und warum nicht, weil alle unabhängig sind, und jeder kann machen, was er will, auch, ja, Na, na mein Gott, wo kommen wir denn hin, da, weil jeder weiß, was er will, auch, ja, jo, jo,